Hi, ich hoffe, euch geht's gut und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr ja mittlerweile, glaube ich, schon wisst, habe ich so ein kleines Shopping-Problem irgendwie. In letzter Zeit kommen recht viele Hauls online und in diesem Video geht es wieder um Dinge, die ich mir neu gekauft habe. Beziehungsweise auch eine Sache, die mein Freund mir gekauft hat. Und zwar hatte er eine Wette verloren und da musste er mir eine ganz bestimmte Sache schenken, die ich mir schon lange gewünscht habe und die ist jetzt angekommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, trinke ich einfach mal ein Haul mit allen Sachen, die ich mir in letzter Zeit gekauft habe und mit der Sache, die mein Freund mir jetzt geschenkt hat quasi. Und damit beschäftigen wir uns eben heute in diesem Video. Die erste Sache, die ich mir gekauft habe, ist ein Kissen und zwar sieht das so aus. Ich verlinke euch natürlich alle Sachen in der Infobox beziehungsweise ähnliche Dinge, denn manche davon habe ich nicht online gekauft, sondern in irgendwelchen Stores. Also es hat einmal diese superschöne Musterung, die eben aus ganz vielen verschiedenen Farben besteht. Deswegen hat es mich auch angesprochen. Und ich habe mir gedacht, dass es auch ganz süß im Hintergrund aussehen könnte. Ich habe das Kissen jetzt mal da hinten hingelegt und ich finde es ganz süß. Also ich finde es jetzt auch nicht zu bunt oder so. In diesem Haul gibt es sowieso ganz viele Dinge, was so das Thema Inneneinrichtung angeht, weil ich doch jetzt mein Zimmer wieder so ein bisschen sommerlicher gestalten wollte, denn wir haben ja auch schon Juni. Und in meinem Zimmer ist ja alles ja immer so weiß oder in sehr unauffälligen Farben. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich da doch mal ein bisschen Farbe reinbringe. Dann habe ich mir diesen Duschwamm hier gekauft, beziehungsweise Badeschwamm. Und es ist nicht mein erster, den ich diesen Monat gekauft habe. Irgendwie habe ich so eine kleine Sammelliebe für Duschwämme entwickelt. Ich weiß, das ist ein wirklich sehr, sehr merkwürdiges Hobby. Und das war halt so eine süße Etbeere. Deswegen musste der einfach mit. Dann habe ich dieses Produkt hier entdeckt. Und das ist mal so ein bisschen was Ausgefalleneres. Und zwar ist das ein Instagirl Flash Photo Powder. Und zwar steht hier drauf Translucent Powder with Light Reflection Blue Pigments for Photo Ready Skin. Und das ist quasi ein Puder, mit dem man sich abpudern soll, bevor man Instagram Bilder macht, um irgendwie auf Bildern besser auszusehen. Also ganz merkwürdige Sache. Ich probiere es einfach mal aus. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwas bringt, oder? Also ich habe vorher noch nie was davon gehört. Das ist halt wie gesagt wirklich so ein blaues Puder. Es gibt auch blaue Farbe ab. Klar, wenn man das halt nur mit einem großen Puderpinsel da ein bisschen rumswirlt und sich dann ins Gesicht klatscht, dann wird man da jetzt nicht blau aussehen. Ich probiere es gerne mal aus. Denn wie ihr wisst, habe ich ja so eine kleine Leidenschaft für Instagram. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, ich heiße da xlater. Und ich poste sehr gerne sehr viele Bilder auf Instagram. Instagram macht mir einfach total Spaß. Ich glaube, jeder, der häufig Instagram nutzt, der kennt das. Ich liebe Instagram. Oh mein Gott, ach du. Oh mein Gott, es ist mir gerade runtergefallen und kaputt gegangen. Oh nein, guckt euch das mal an. Okay, dann nicht. Okay, auch wenn das Teil mir gerade kaputt gegangen ist, werde ich es trotzdem ausprobieren und mal ein Bild damit machen und es auf Instagram hochladen. Und dann könnt ihr mir ja mal schreiben, ob da meine Haut besser drauf aussieht. Dann habe ich mir ein 12er Pack von diesen Haargummis hier gekauft. Also diese Telefonkabel-Haargummis. Und bei mir verschwinden die halt einfach immer. Und Spaß, ich weiß nie, wo diese Haargummis am Ende landen. Ich habe so den leisen Verdacht, dass Tabi sie immer klaut. Und ja, deswegen habe ich mir jetzt mal ein 12er Pack geholt, damit ich nicht mehr so am Limit lebe, was Haargummis angeht. Ich benutze am liebsten auch immer die Transparenten bzw. am aller, allerliebsten die Transparenten, die noch so ein paar funkelnde Glitzer-Dinger drin haben. Aber ich glaube, das ist auch okay fürs Erste. Und dann habe ich jetzt erst mal wieder Haargummis. Dann habe ich mir diese Sache hier bei Amazon bestellt. Und der Karton kam einfach so an, irgendwie voll zerfetzt. Und außerdem ist hier so eine mega krasse Staubschicht drauf. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht, aber der Karton ist schon gut eingestaubt. Auf jeden Fall, es sind da Schuhe, wie man das nicht offensichtlich schon denken konnte, an hatten Schuhkartons. Und die wollte ich euch mal zeigen. Die Schuhe sind definitiv nicht der Geschmack von jedem. Aber ich fand die cool, deswegen musste ich sie bestellen. Die sind so nude, haben einen sehr, sehr bequemen Absatz. Der ist total breit und ich denke, darauf kann man wirklich gut und eingenehm laufen. Ja, vorne haben sie eben diesen Puschelplüsch. Ich muss sagen, dass mich da vorne dieses Fell so ein bisschen an Tabi erinnert. Es ist natürlich kein echtes Fell. Das wollte ich auch noch mal an dieser Stelle betonen. Und das waren jetzt auch keine krass teuren Markenschuhe oder so. Ich habe sie in einer Nummer kleiner bestellt, weil ich so hohe Schuhe eigentlich immer in einer Nummer kleiner bestelle. Allerdings sehen die schon recht klein aus. Also ich weiß gar nicht, ob die mir wirklich passen. Das probiere ich nachher einfach mal, aber so sehen sie aus. Und ich finde sie süß. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr sie süß findet. Wenn ihr sie hässlich findet, ist es auch in Ordnung. Ich kann schon verstehen, dass das nicht der Geschmack von jedem ist. Vergesst übrigens nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn ihr noch mehr Hauls sehen möchtet. Denn ich bin doch so ein bisschen in Kauflaune. Und ich könnte euch sehr gerne öfter mal zeigen, was ich mir so in letzter Zeit gekauft habe. Das heißt, falls du Lust hast, dass ich euch weiterhin meine Einkäufe zeige, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und ich weiß Bescheid. Eine Sache, die wirklich unerlässlich ist, wenn man eine Katze zu Hause hat, sind solche Fusselrollen oder wie auch immer die heißen. Die haben so eine Marmorstruktur, einmal in Grau und einmal in Rosa. Also der Grau ist dann einfach so ein Ersatzaufsetzer. Und die fand ich doch ganz schön. Und wie gesagt, mein Freund und ich, wir haben einfach einen super hohen Verschleiß an Fusselroller wegen diesem kleinen Ding hier, das da sitzt. Der schläft dann nämlich auf einem Stuhl, aber der möchte irgendwie nicht aufs Bett. Deswegen lasse ich ihn da jetzt mal auf seinem Stuhl schlafen. Ich habe mich verliert halt einfach unfassbar viele Haare. Und deswegen habe ich mir neue Fusselrollen gekauft. Dann geht es weiter mit noch einem Kissen, das ich mir gekauft habe. Ich weiß auch nicht, wieso, aber ich habe einfach total Lust, meinen Video-Hintergrund ein bisschen umzugestalten. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, welchen Hintergrund ihr am besten findet. Ich habe ja auch noch mal einen anderen, also den, wo irgendwie alles voll ist mit Lichterkette, wo eine weiße Komode im Hintergrund ist und ein pinker Schminktisch. Deswegen ist auch einmal dieses Kissen da. Und dann habe ich jetzt auch noch dieses hier gekauft. Ich glaube, ich lege das auch mal dazu. Okay, man sieht nicht so viel von dem Kissen, aber da ist es. Das hat eigentlich so eine recht schöne, reflektierende Struktur. Also es reflektiert so ein bisschen Gold. Irgendwie kommt das da hinten nicht ganz so rüber, aber naja, ich finde es trotzdem ganz süß. Und dann habe ich auch noch ein weiteres Kissen. Das ist dieses hier. Das hat so einen richtig, richtig schönen, angenehmen Stoff. Es fühlt sich total hochwertig an, obwohl das Kissen sehr günstig ist. Den Bezug muss ich allerdings auf jeden Fall waschen, auch die von denen da hinten erstmal. Weil ich es doch ein bisschen eklig finde, ein Kissen auf meinem Bett rumliegen zu haben, das vorher schon ein paar hundert Menschen oder so eingefasst haben. Aber um es euch mal zu demonstrieren, werde ich auch das mal in meinen Hintergrund legen. Da ist übrigens eine Papiertüte im Bild. War die jetzt schon die ganze Zeit da? Oh Mann, das wäre ja voll der Fail. Okay, ich habe das Kissen jetzt mal da hingelegt. Relativ am Rand. Ich weiß nicht, findet ihr es cool oder nicht? Farbe schon recht kräftig. Aber ich glaube, ich finde es ganz gut. Die nächste Sache, die ich mir gekauft habe, ist das hier. Das sind solche Face & Nail Stickers. Und die fand ich doch ganz spannend. Das heißt, die kann man sich einfach zu Deko-Zwecken oder weiß ich nicht warum, wenn man einfach Bock drauf hat, auf die Nägel kleben oder auch ins Gesicht. Und die sind halt in Gold und Silber. Das heißt, es könnte eigentlich ganz gut aussehen. Deswegen habe ich sie mir mitgenommen. Vor allem waren sie auch ganz günstig. Und dann wollte ich das mal ausprobieren. Die nächste Sache ist so ein bisschen verrückter. Aber ich habe sie trotzdem mal gekauft. Und zwar ist das ein Peppermint Cooling & Reviving Foot Spray. Also das ist so ein Spray für die Füße. Das wäre im Sommer doch mal eine ganz nette Sache, habe ich gedacht. Oh krass. Das riecht einfach original nach irgendeiner Mundspülung. Also so richtig, richtig, richtig frisch. Ich finde es irgendwie komisch, wenn meine Füße nach Peppermint riechen würden. Aber man kann es ja auch mal ausprobieren. Und schlecht ist es nicht. Aber es erinnert mich einfach so sehr an Zahnpasta, Mundspülung, Zahnarzt. Aber ich hatte noch nie einen Fußspray zu Hause. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass es doch mal ganz interessant wäre, das zu testen. Jetzt kommt die nächste Sache. Und dreimal dürft ihr raten, was es ist. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ein paar könnten darauf gekommen sein. Und zwar ist es einfach noch ein Kissen. Ich weiß, ich bin verrückt. Das muss mir keiner sagen. Ich habe ein Problem mit Kissen. Ich glaube, das steht fest. Und wie ihr seht, ist das ungefähr dasselbe Kissen wie das pinke da hinten. Nur in einer anderen Farbe. Es ist halt nicht ganz so knallig. Und ich glaube, ich lege das auch jetzt mal irgendwo da hinten hin. Und dann können wir uns meinen neu gestalteten Video-Hintergrund angucken. So sieht das jetzt aus. Schreibt mir mal, ob ihr den Hintergrund jetzt zu bunt findet. Und welches Kissen euch davon gefällt und welches nicht. Ich finde es, glaube ich, ganz cool jetzt für den Sommer mal so ein bisschen so einen bunteren Hintergrund zu haben. Und jetzt machen wir weiter mit dem Geschenk, das mein Freund mir machen musste. Weil er ja, wie gesagt, eine Wette verloren hat. Und ja, das wäre dann jetzt die nächste Sache. Ich habe jetzt einfach einen Karton in den Video-Hintergrund gelegt. Und dann hat sich jetzt einfach tatsächlich meine Katze reingesetzt. Man sagt ja immer, das wäre einfach nur so ein Gerücht oder ein Klischee. Aber nein, meine Katze setzt sich in jeden Karton, der irgendwie existiert. Mein Freund hat jetzt schon mal dieses Päckchen hier angeschleppt. Moment, ich mache hier jetzt mal den Karton erstmal weg. Ich glaube, das hier ist das größte Geschenk, was ich je hatte. Weil das Ding ist gigantisch. Wie ihr seht, ist das wirklich... Oh mein Gott. Töte. Komm nicht mehr. Au. Oh mein Gott. Ich packe es jetzt einfach aus, bevor ich mich damit noch verletze. Ich bin jetzt hier mit einem Messer bewaffnet und mache das mal auf. Weil ich zu blöd bin, macht das jetzt mein Freund. Nein, ich bin nicht zu blöd. Aber das Messer ist blöd. So hat sich Bubi jetzt übrigens in den Karton gelegt. Das ist der Wahnsinn. Oh mein Gott. Das ist so süß. Also schreibt mir jetzt mal in die Kommentare, was ihr vermutet, was in diesem Paket drin ist. Und schummelt nicht. Also schreibt mir wirklich eure Vermutung rein und guckt nicht, was es ist. Okay. So, jetzt. Oh, ich sehe es schon. Ihr aber noch nicht, glaube ich. Und zwar ist in diesem Paket ein Teppich. Das ist ein Teppich, den ich mir schon länger gewünscht habe. Und zwar ist es eigentlich genau der Teppich, den ich auch schon besitze. Nur nochmal in einer anderen Größe. Also es ist wie gesagt ein weißer, ich glaube man nennt das Langfloor-Teppich. Und den habe ich hier schon in diesem Raum liegen. Und der hat mir so gut gefallen, dass ich ihn nochmal gekauft habe. Und zwar für quasi den Vorraum. Also wir haben einen gigantischen Flur. Der ist wirklich übertrieben groß. Und da habe ich mir gedacht, dass so ein Teppich doch mal ganz passend wäre und ganz süß aussehen würde. Ihr werdet den auch auf jeden Fall mal ausgerollt sehen. Weil ich lege den, glaube ich, vor meinen Ganzkörperspiegel, der im Flur hängt. Und da poste ich ja auch manchmal solche Spiegel-Selfies. Und da seht ihr dann auch den Teppich. Ich weiß, dass ein weißer Teppich immer so ein bisschen riskant ist. Allerdings gehe ich immer schon recht vorsichtig mit meinen Sachen um. Und außerdem haben wir in der ganzen Wohnung immer nur weiße Teppiche oder sehr, sehr helle Teppiche. Und da ist noch nie irgendwas sehr Schlimmes passiert. Und ja, deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass er auch ein bisschen länger überleben wird und dann immer noch weiß ist. An dieser Stelle natürlich auch ein Danke an meinen Freund, dass er die Wette verloren hat und mir deswegen diesen Teppich bestellen musste. Sehr gerne. Ja, klingt nicht so ganz begeistert. Aber Wettschulden sind Ehrenschulden. Und der Teppich war jetzt auch nicht übertrieben teuer. Deswegen finde ich, dass das Ganze noch geht. Wie gesagt, ihr findet alle Dinge, die ich euch in diesem Video gezeigt habe oder eben ähnliche Dinge in der Infobox verlinkt. Falls ihr da mal ein bisschen rumstöbern möchtet. Und vergesst natürlich auch nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn ihr weiterhin Lust habt auf Rolls. Ich verlinke euch hier noch zwei weitere Videos. Und zwar einmal einen Mädchen-Montag, mit dem jedes Mädchen im Sommer wissen sollte. Und darunter verlinke ich euch meinen ersten Vlog. Hier sind meine Social-Media-Seiten. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und wir sehen uns dann immer im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.